Ich bin in der ersten Rebellion vor mir. Und er spielt jetzt ein Stück von einem Freund, einem guten Freund von ihm, der in einem Aufstand verstorben ist. Wenn ich etwas gesagt habe, ist es schlecht, muss ich mich beschissen. Wenn ich etwas gesagt habe, ist es nicht schlecht, muss ich mich beschissen. Ja. Er entschuldigt sich dafür, wenn er etwas sagt, was er will. Ich brauche es. Ich brauche es nicht. Es gibt andere Artisten, die ihre Rebellion auf der Gitarre mit dem Ordinateur machen. Aber ich habe die Rebellion auf der Gitarre mit dem Ordinateur gemacht. Ja. Ja. Es gibt die Gitarre mit dem Computer. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017